ARD Text im Auftrag von Funk Ja, wir haben mittlerweile eine Fee, ist jetzt nichts großartiges oder so, da ist ja nur eine, oder? Ja, wir sind jetzt hier gerade in so einem schönen kleinen Räumchen, wo es noch relativ viel gibt, zum Beispiel noch eine Truhe, wo sich eine Fee befindet. So, natürlich habe ich wieder vor, hier alle vier Feen zu kriegen, was ja Standard ist. So, hallo, und ja, dann gehen wir mal auf weiter, würde ich sagen. Herzlich willkommen an diesem hässlichen Punkt. Hier braucht man einen Chora. Diesen Tempel kenne ich gar nicht. Ist auch ein Tempel, ja. Ist der vierte Tempel, ja. Hier kriegt man eine schöne Waffe, eine Maske und so ein ganzes Shit. Das war perfekt, habe ich das nie hingekriegt. Das ist jetzt echt heftig gewesen. Und jetzt hast du es auch genommen, ne? Ja. So, ich muss jetzt sowieso erstmal. Ja. Das muss ich sagen, das eine, was ich in Zelda liebe, diese neuen Waffen, die man bekommt, diese neuen Gerätschaften und diese neuen Fähigkeiten und mit den Masken vor allem, wie sie das kombiniert haben, wie du das einsetzen musst, das ist... Ja, das ist hier drin schon echt heftig. Aber ist das super gut, also... Ja, das stimmt. Ich kann natürlich nicht schwimmen ohne meine Waffen hier. Weiter geht's. Sorry. So, da komm ich doch erst ganz spät hin. Stürude. Na komm, sollte mich ja anbietern. Überlastet das hier, die hat herausgebracht Fische, die vor dir wegschwimmen, beziehungsweise Fische, die im Wasser schwimmen. Das gab es, glaube ich, schon mal. Komm her, komm her! Danke. So, alles notwendig für später hier. Wie man ein Red Höllchen auffällt, was ich eben gerade auch schon in Barter vorgesagt hatte, man kann diesen Tempel nachher noch drehen. Ja, drehen. So. Ich weiß nicht, ist das irgendwie creepy? Geht eigentlich. So, damit ich das nicht wieder vergesse, wie ich das immer so gerne vorher tat. Ja, komm. Scheiße daneben. So. Und weiter geht's. Das wird nachher auch noch eine schöne Aufgabe werden. Weiter hinzukommen ist auch immer so... So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. So. Das Teil reflektiert ja nicht so lange, wie man denkt. Nur ungefähr so lange, wie man... ...haha. Verzieh dich von meiner Ruhe. Und jetzt mal wieder ein Frame an den Brüche gibt, ne? Das ist normal, weil es wegen diesem extremen Lichtblitz, der kurz kommt. Ja. Es sind ja nur so drei Frames, aber da sind und dann sind dann... ...und dann sind die Rangraha da so... ...und dann... ...und dann... ...und dann spielst du ja auch nicht wirklich richtig... ...für... ...pc, glaub ich. Konzipiert. Das ist allgemein nicht für so eine extreme Auflösung konzipiert. Und dann hast du noch die Aufnahmen, die das sowieso selber noch ein bisschen gab. So, da hast du den PC nicht überfordert, dass der Spiegel nicht überfordert. Ach ja, jetzt darf ich hier gleich wieder die schöne Maske tragen. Die Maske der Hesslingen. Ist die echt so? Nein, ist die Felsenmaske. Ah, du hast diese Maske, die hat auch einen lustigen Sinn. Guck mal, mach die Klappen überall an. Setz ich die auf und auch immer. Pfui, ist dahin. Pfui. Hallo. Boah, hast du gerne, oder? Ja, die sehen dann einfach nicht. Das ist voll cool. So, jetzt wirds wieder hier. Um. Um. Nicht dich. Ja, ja. Und ich bin mir grad nicht mehr sicher. Ich glaub, hier gab's auch noch eine. Äh. Nö. Da halt nicht. So, und wir eben gerade auch dasselbe Spiel. Wir dürfen hier wieder schön gleich die Spiegel aufladen. Und das nicht zu knapp. Und zwar ziemlich lange auf dem einen hier. Der linke. Deswegen mach ich den auch gleich erst. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Vier. Acht. Neun. Zehn. So. Was war dahinter? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ruff ruff. Und das Ding. Ja. Das ging schnell. Ja. Das explodiert einfach im Stimmt. Es kam so ein bisschen stumpf. Das rauchte ich erst um und du stehst auf und weg ist es. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ja. Das dauert leider. Weil das richtet sich jetzt gleich dahin. Den Spiegel müssen wir dann da hinten treffen. Den da links. Und dann. Es ist. Du kennst dieses Spiegel schon in und auswendig ey. Ja. Wenn man es auf 100% durch hatte ne. Das machen wir jetzt so dann bis der Spiegel hier drüben versagt. Ja. Ja der hört sich irgendwann von rechts auf. Dann haben wir ungefähr dieselbe Zeit drauf. Da irgendwie war der. Und wir haben es geschafft. Yeah. Ja. Dankeschön. Der Schwanche hier. Und. Nöre Schwanche hier. Und jetzt kommt die Scheiße. Okay. Einfach mal weil das jetzt Pflicht ist. Mit dem Kackteil hier. Das wird jetzt ziemlich unangenehm werden. Wieso unangenehm? Weil. Ich nicht jetzt hier dreckig durchkämpfen muss. Ah. Nein. Nein. Jo. Man sieht das nicht feine. Ist nicht so leicht. Leider. Man muss halt wirklich versuchen hier perfekt durchzukommen. Nein. Ja. Nach Zeit oder was. Ja. Wird halt nicht angezeigt die Zeit die man da für hat ne. Ja. Ja. Ist ja bei Zelda nie so dass die wirklich angezeigt wird. Endlich ist alles da für. Für eine einzelne kleine Truhe. Na und? Was macht man da Zelda nicht für alles für kleine einzelne Truhen? Das ist eine andere Frage. Okay. Da ich dir jetzt gleich sowieso nicht nach oben werde. Dafür allerdings die hier. Rennen wir eben kurz. Oh Mann. Ich hab auch mal letztes nachgeguckt. Wie viel Stunden das mittlerweile sind. Die ich hier schon noch an Aufnahmematerial habe. Das sind nicht wenig. Wie viele Stunden kannst du schon auf die 3-4 Stunden? Also. Ungeacht. Ungerendert ist die Hälfte. Äh. Und äh. Gerendert. Äh. Ist dann halt irgendwie logisch, ne? Und äh. Von diesen ganzen was gerendert ist und was nicht. Ist einfach mal so. Ich fliege hier gerade ganz oft rückwärts. Das geht eigentlich voll nicht. Na komm. Na komm. Danke. Jetzt fliege ich hier in so einem Scheißmodus. Hallo. So. Das war klar. Okay. Also äh. Ja. Das gerenderte allein schon geht es schon gute 4 Stunden. Um das mal so ungefähr zu haben als Vergleich. Naja. Und das. Oh scheiße. Und hochgeladen von den gerenderten Zeug ist äh. Auch schon ungefähr die Hälfte. Ja. Selberprojekte sind nur Projekte für die Ewigkeit. Fuck. Ich weiß nicht. Ich fiel hier gerade irgendwie in den Arsch. Ja. Das ist normal. Ja. Besser als diese ganzen anderen Spiele die momentan immer rauskommt. Wo du denn nur 2-3 Stunden Kampagne hast. Und auch eine Welt wo du alles machen kannst. Aber ohne wirklichen Bezug zu irgendwas. Was halt so ziemlich Standard ist heutzutage, ne? Egal. Ich spiel hier einen schönen Klassiker. Und. Das steht so. Gut. Gut. Jetzt ist auch wieder so ein schlipsiger YouTuber. Der heißt Trollwut. Der klingt so ein bisschen ähnlich wie JuliansBlog. Der bringt auch extrem viel geile Sortiere. Und dann kamen wir so damit an. Wie werde ich ein erfolgreicher Let's Player? Und dann so richtig eiskalt so so. So ja erstmal du musst Titel spielen die total unbekannt sind. Die keinen Schwein kennt. Und ich dann nur so. Er findet dich natürlich auch jedes Schwein im Internet. Ne? Und dann nur so einen ganzen Scheiß hat der da erzählt. Da lacht man sich so halb tot bei, ne? Das sind Tiere. Das ist immer das Genialste was es gibt. So. Und. Ja. Weißt du was hier hinter wartet? Der Vorreiter. Danke Leute. Ja da wir jetzt gerade auf Duo gucken, wann das mal wieder Zeit dafür wird. Ähm. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ich denke das zu dir auch. Und. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. hatred Hahahaha